Wer ist da? Das Mäschgele, denn der Faschig steht schon vor der Tür. Und das Mäschgele verschlägt heute in ganz Vorarlberg zu Kostümverleihen, denn wir wollen wissen, was sind die Faschigstrends 2018? Beziehungsweise, was ist denn dein Lieblingstrend, Frau Weichl? Lieblingstrend höher ist Stimpunk, das ist Neuhör. Und nach wie vor sind einfach Dirkusstüme gefragt. Dann sind natürlich die Superhelden immer aktuell, weil man gerne Kindheitsrock schaut. Und natürlich der Clown, der geht immer, oder? Ja. Das ist natürlich auch mal auf dem Faschig. Das war lustig, weil ich hier. Faschig steht ja vor der Tür, Frau Selge. Was sind denn Ihre Empfehlungen und Faschingskostümtrends 2018? Ja, es ist höher ziemlich gleich wie letztes Jahr. Es hat ein bisschen Stimpunk noch intensiver gekommen. Es ist jetzt angekommen bei den Leuten. Letztes Jahr war es noch ein bisschen für Spezialisten. 20er Jahre, immer noch ganz stark, die Charleston-Zeit, immer noch beliebt. Wenn man jetzt eine Perle ist und frisch verliebt, was ist denn so Ihr Tipp, als was man sich verkleiden könnte? Ja, lustig war natürlich, ist so eine Hippie-Perle. Make love, natur. Das Thema. Einfach das Thema. Da.